Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 16. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreis zeichnen Löwe. Wie erleben die Löwengeborenen den heutigen Tag? Es ist etwas in Bewegung. Die Löwengeborenen können auch mit einer Nachricht rechnen. In die Liebe-Partnerschaft haben die Löwengeborenen Möglichkeiten, Chancen, in bestehender Partnerschaft etwas verändern, etwas verbessern. Oder die, die alleine sind, haben gerade die Möglichkeit, jemanden kennenlernen. Und auch wichtiges Thema ist auch gerade bei den Löwengeborenen die Liebe-Partnerschaft. Unerwartete Ereignisse oder Überraschung ist zum Erwarten. Es ist aber schön und angenehm. Bei vielen Löwengeborenen kommt gerade auch eine größere Veränderung, schicksalhafte Veränderung, könnte ich das nennen. Aber achtsam sein in die Liebe, weil in den kommenden Tagen kommt ein anderer Einfluss von Hydra. Und dieser Hydra ist nichts anderes als die Wasserschlange im Himmel. Und das ist immer mit Lügen steht in Verbindung. Es muss nicht sein, dass die Partner oder die Partnerin lügt. Aber achtsam sein, was für Einflüsse kommen in den nächsten Tagen bezüglich Liebe-Partnerschaft. Vielleicht mischt sich jemand ein oder hat jemand Neider. Also drauf achten. Es ist nicht heute, aber es nähert sich. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen. Sie haben gerade Mut und Kraft und sie setzen etwas in Bewegung. In den kommenden Tagen kommen noch weitere Veränderungen. Aber es herrschen noch Unklarheiten. Und die Jungfraugeborenen sind gerade dabei, das in Ordnung zu bringen. Aber das ist nicht leicht. Es ist nicht einfach mit jemand etwas zu klären. Weil die haben eine andere Meinung. Es ist vielleicht auch mal klug nichts sagen. Oder mal zurückhaltend sein. Was ich noch für Jungfraugeborenen empfehlen würde, auch mal hinter den Kulissen schauen. Bei Jungfraugeborenen ist noch wichtig, etwas in Form zu bringen. Es ist eine Herausforderung, aber die Jungfraugeborenen haben gerade die Mut und die Kraft, das mal bewältigen oder sich durchsetzen. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen. Bewegt sich etwas oder begeistert etwas die Wagengeborenen. Sie haben heute auch ein gutes Gefühl. Und die Wagengeborenen haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch in Finanzen. Die Wagengeborenen haben gerade Gewinnchancen oder kaufen etwas mit gutem Preis. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen. Verläuft der heutige Tag unruhig. Oder sind es heute noch Hindernisse. Ein bisschen Geduld, noch weil das beruhigt sich schon in die kommenden Tage. Und in diesen Einschränkungen erleben die Skorpiongeborenen in die Liebe, Partnerschaft. Aber eine gute Nachricht ist unterwegs. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, brauchen Sicherheit, Stabilität und sie bringen etwas in Form. Und heute habe gute Möglichkeiten dazu und auch Glück, besonders in die Liebe, Partnerschaft, haben momentan die Schützengeborenen. Eine kleine Reise oder ein Besuch hat auch eine Wichtigkeit. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, brauchen auch Sicherheit und Stabilität. Heute fühlen sie sich aber noch unsicher oder sind noch Unklarheiten. In die kommenden Tagen kommt etwas in Form. Besonderes im Bereich Partnerschaft. Aber die Steinbockgeborenen haben gerade auch Mut und Kraft und auch gute Gespräche. Viele Steinbockgeborenen ändern etwas in die wohnliche Situation, kann auch ein Umzug bedeuten. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen, sollen ihren Gefühlen im Gleichgewicht halten. Damit meine ich die innere Ruhe. Dann auch die Liebe, Partnerschaft ist ein wichtiges Thema für die Wassermanngeborenen. Aber sie sollen das auch bewusst wahrnehmen. Es gilt immer noch Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen, auf anderen zuzugehen. Oder mal ein Gespräch suchen. Oder etwas klären durch Sprache. Was noch wichtig ist bei den Wassermanngeborenen, sie brauchen gerade Lebensfreude. Ein Lebensraum, den Tag auch mal genießen. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, verspüren eine gewisse Unsicherheit. Wichtig ist, noch bei den Fischengeborenen Gespräche zu führen, aber auf anderen zuzugehen. Ein wichtiger Thema ist auch die Arbeit, aber auch die Gesundheit. Und das sollen sie die Fischengeborenen gerade in Ordnung bringen. Die Tierkreis zeichnen Widergeborenen, haben gerade einen glücklichen Tag. Besondere sind die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Veränderungen. Unerwartete Ereignisse sind möglich, aber das ist sehr gut und angenehm. Wichtiger Thema ist Liebe, Partnerschaft. Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, verspüren eine gewisse Spannung oder Unruhe. Ein bisschen Geduld noch, in den kommenden Tagen kommt wieder die Stabilität. Die Stiergeborenen befinden sich gerade in einem Wandlungsprozess. Und was aber angenehm sein kann, bei den Stiergeborenen eine gute Nachricht. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, bringen ihren beruflichen Situation in Ordnung und es ist ein Aufstieg. Aber die Zwillingsgeborenen haben auch Neider im beruflichen Umfeld. Wo sie Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und die Zwillingsgeborenen haben gerade auch Gewinnchancen. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, sollen in den Tagen abwarten. Etwas noch beobachten oder noch abkriegen und in die Ruhe bleiben. Was noch beeinflusst den heutigen Tag? Einmal den Stern Coppola und das hat eine Verbindung mit unserem Sonne und vermittelt Kraft, Lebenskraft. Und nochmal ein Einfluss kommt von Orion, Sternbild Orion und es vermittelt auch Energie. Also wir haben gute Energie und gute Kraft, gute Lebenskraft. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreis zeichnen Fischen und hat eine Verbindung zum Sternbild Pegasus. Und dieser Pegasus ist der geflügelten Pferd in Mythologie. Es geht um Befreiung von Andromeda. Perseus hat Andromeda befreit und dieser Pegasus, dieser geflügelten Pferd, damit sind die beiden davon geflogen. Eigentlich, das ist die Befreiung, die Leichtigkeit und die Befreiung. Und diesem Sternbild Pegasus bestrahlt gerade unseren Planet Erde. Diese tägliche kosmische Energie, was auch in einer ständigen Veränderung ist, wir erleben jeden Tag einen anderen Energie, einen Fluss von den Sternen. Also das beeinflusst auf jeden Fall unserem Leben. Aber das ist nicht individuell. Wenn jemand Interesse hat, einen bestimmten Tag zu beschreiben, weil das etwas Besonderes ist oder ein Termin, dann kann ich das ganz genau maßgeschnitten, berechnen und auch beschreiben. Wenn da Hindernisse sind oder Blockaden, kommt immer wieder mal vor. Dabei kann ich auch helfen, mit meinen Vier-Schritten-Methode diese Blockade aufzulösen. Also wenn jemand Interesse hat, unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.